Na, wollt ihr wissen, wie das neue Meerschweinchen heißt? Dann guckt jetzt das letzte Video, auf die Meerichs gestern rausgekommen. Erster Link und in der Videobeschreibung geht es viel Spaß mit diesem Video hier. Boah. Du, ich konnte ja mal drüber steigen, ne? Was ist eigentlich hinter dir? Ja, keine Ahnung, was ist denn da? Da ist ja gar nichts. Lass mal platt machen. Der gehört jetzt mir. Er denkt sich, boah, was für eine fette Kuh ist auf mir. Was soll denn das? Das ist total nervig. Potato, lass das. Kann ich das essen? Ist das Mama? Kann ich da Milch rausholen? Er ist, glaube ich, nicht super damit begeistert. Also davon begeistert, dass du auf ihn rumlungerst. Oh, potato, dich mag ich, keine Sorge. Alles gut. Was ist das hier? Besitzanspruch? Oder was wird das? Was machst du da, potato? Der gehört jetzt mir. Brot weg. Der ist meiner. Ich habe den beansprucht. Ich bin hier, glaube ich, die Älteste. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie ich die Kamera halten soll. Das ist einfach unfassbar schwer zu filmen. Aber der gehört jetzt mir. Oder so ähnlich. Das wird schon. Geht das jetzt? Das ist meiner. Schubst mal weg. So, bist du jetzt total verwirrt? Ich weiß nicht, was das soll. Ich lag auf einmal gerade unten. Das war total verwirrend. Ich will wieder ins Gehege. Hier ist mir zu stressig. Willst du ja meine Hand schnüffeln? Das hat dir gerade so gut gefallen. Hand. Hand. Ja. Nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Ja. Nicht. Ja. Geht es jetzt wieder zurück für dich, du Socke? Willst du noch niedlich sein? Ist das niedlich? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier? Ist das niedlich? Ist da alles in Ordnung? Jetzt hat er sich ernsthaft hingelegt. Du kannst auch mal so niedlich sein, du Pappnase. Also wäre das nicht mal eine Aktion? Nein, ich will nicht. Vorsichtig, aber es funktioniert. Na, wollt ihr wissen, wie das neue Meerschweinchen heißt? Na, wollt ihr wissen, wie das neue Meerschweinchen heißt? Dann guckt das erste Video in der Link in der... Na, wollt ihr wissen, wie das neue Meerschweinchen heißt? Dann guckt jetzt das Video von... Fluff, 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 fluff.